Hallo und willkommen zu Türchen Nummer 4. Heute sind die Bottle Flips dran. Dazu versucht ihr so viele Bottle Flips wie möglich innerhalb von einer Minute zu schaffen. Lasst aber eure Eltern die Zeit stoppen. Ich zeige euch einmal wie ein Bottle Flip funktioniert. Tragt die Anzahl von euren Bottle Flips, die ihr in einer Minute geschafft habt, bei Türchen Nummer 4 ein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017